Okay, ich würde sagen, es ist an der Zeit für den ersten deutschen Midnight Quickie. Falls ihr nicht wisst, was es ist, seht euch das Intro an. Aber sagt mir am Ende ja nicht, ihr wurdet nicht gewarnt, denn es ist ein wenig anders. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem Nachtest des Honor 8. Ich benutze das knapp eine Woche unter Nougat und möchte euch jetzt meine neuen Meinungen schildern. Wobei ich sagen muss, 90% in dem, was ich in meinem Test sagte, ist hier absolut noch der Fall. Und deswegen möchte ich auch eher fokussieren auf das, was sich vielleicht eventuell geändert hat. Von daher nur ein paar Sachen ganz kurz. Design und Verarbeitung ist meiner Meinung nach immer noch so ziemlich das Beste, was ihr absolut bekommen könnt. Es fühlt sich hochwertig an, es fühlt sich komfortabel an. Hat meiner Meinung nach den insgesamt besten Fingerabdrucklaser, denn er ist nicht nur super schnell, auch super zuverlässig. Nein, es ist auch noch ein Knopf, der extra Funktion erlaubt, wie zum Beispiel die Taschenlampe oder das Starten von ähnlichen Apps und so. Und das finde ich persönlich genial. Aber auch das Display ist genial. Meiner Meinung nach immer noch ein absolutes Flaggschiff-Display. Super schön kalibriert, hochqualzativ, schönes Weiß, schönes Schwarz, super Farben, top. Alles, kann ich nichts beschweren. Natürlich vielleicht nicht QHD-Auflösung, aber für das, was es ist, super schön. Und kann auch immer noch mit den Besten mithalten. Lautsprechend muss ich sagen, wirkt für mich diesmal ein wenig leiser oder nicht ganz so beeindruckend wie das erste Mal. Könnte aber auch einfach daran liegen, dass ich mittlerweile schon so viele andere Geräte getestet habe, die einfach besser waren und dies einfach nicht mehr so beeindruckend wirkt heutzutage. Man ist da einfach ein wenig weniger beeindruckt nach einer Weile als so viele gute Geräte. Aber er tut seinen Job noch, genauso wie der Kopfhörerausgang dieser ist noch okay. Besser als der Schnitt immerhin. Wenn es um die Leistung geht, muss ich folgendes sagen. Sie ist meiner Meinung nach immer noch genau auf Marshmallow-Niveau. Was ich allerdings als positiv ansehe. Denn, falls ihr vielleicht meinen Test von Mate 9 gesehen habt, habe ich mich dort ein wenig beschwert darüber, dass Nougat Marsh im UI 5.0 nicht absolut 100%ig optimiert wirkt. Und ich beim Mate 9 doch einige Slowdowns und auch Ruckler sah. War ich komischerweise so ziemlich der Einzige, aber ich habe diese gesehen und ich fand die Leistung einfach nicht so top. Allerdings ist nichts davon hier auf dem Nougat-System auf dem Honor zu sehen. Denn es ist super schnell, super flüssig, super ansprechend, hat so gut wie gar keine Ruckler und ist eben auch butterweich. Allerdings, wegen dem IPS-Display habt ihr auch ein klein wenig verschwommenes Scrolling, aber das ist normal und hier sogar wirklich noch gering. Von daher immer noch, immer noch eine absolute Flaggschiff- und nicht nur nah dran Flaggschiff-Leistung. Wenn es um die Software jetzt geht, ganz kurz vor allem. Es läuft Nougat drauf und die große Neuerung eigentlich nicht wirklich, muss ich sagen. Denn vom Design, das ist eigentlich das, was ihr selbst als User, als erstes seht, hat es sich meiner Meinung nach deutlich nach vorne bewegt. Es sieht deutlich moderner aus, deutlich ansprechender. Aber wenn ihr einmal genauer hinguckt, funktioniert das noch genauso. Die ganzen Vor- und Nachteile sind genauso da. Ihr habt jetzt ein paar Nougat-Extra-Funktionen, wie zum Beispiel Dual-Window, aber daneben auch ein paar Einschränkungen, dadurch, dass die Theme Engine einfach nicht mehr so viel Modifikation erlaubt. Also zum Beispiel die Quick-Settings sind immer gleich, egal welches Theme, die Einstellungen genauso. Ich hoffe zwar persönlich, dass das noch mit der Zeit geändert wird und genauso mächtig wird wie bei EMUI 4.1, aber das könnte mit der Zeit noch kommen. Ich denke mal, ihr hört den Regen auch schon, von daher will ich mich doch jetzt relativ kurz fassen. Die Software im Kern gesehen ist immer noch EMUI, also ihr bekommt nicht wirklich irgendwelche Extrafunktionen. Teilweise hat es sich sogar ein wenig nach hinten bewegt, gerade bei den letzten Apps, denn diese scrollen jetzt nach oben, wie bei Stock Android. Ich persönlich bevorzugte direkt zur Links-Version, was ich auch weiß, dass viele andere EMUI-User bevorzugen. Dann würde ich allerdings sagen, die Software sieht schön aus und das ist den kleinen Kompromiss auch wert, wenn es auch um die Akkulaufzeit geht. Denn zu der möchte ich ganz kurz kommen, aber noch davor zur Kamera. Die ist meiner Meinung nach immer noch top, mit einer der Besten auf dem Markt. Ihr habt zwei davon, mit Nougat habt ihr jetzt auch die Funktion mit Bokeh für Videos, falls ihr das wollt. Und auch hier immer noch absolutes Flaggschiff-Niveau. Jetzt allerdings das Einzige, was meiner Meinung nach ein ganz klein wenig schlechter geworden ist, ist die Akkulaufzeit. Denn ich musste mein altes Video angucken, dort sagte ich noch 6 Stunden in der Mischnutzung, was damals großartig war. Aber mittlerweile vielleicht nicht mehr ganz so beeindruckend, da wir einfach viele Geräte, zum Beispiel auch gerade Snapdragon 625 Geräte hatten, die das nochmal besser können. Aber damals war es großartig und es ist auch immer noch jetzt Minimum sehr gut. Allerdings muss ich sagen, habe ich jetzt konstant eine Stunde weniger gesehen. Also ich hatte jetzt in der Mischnutzung vielleicht etwa 5 Stunden. Muss allerdings auch noch erwähnen, folgendes. Ich hatte einen anderen Arbeitsplatz mit deutlich schlechterem Empfang. Und obwohl er hier immer noch top war, also immer noch LTE zu jeder Zeit kein Empfangsproblem, wie zum Beispiel bei meinem S7, habe ich ein wenig weniger bemerkt. Also ich würde mal sagen, großzügigerweise addieren wir mal noch eine halbe Stunde dazu und dann heißt es am Ende eben vielleicht etwa, etwa, grob meine Meinung, eine halbe Stunde weniger als unter Marshmallow. Allerdings ist die MIUI 5.0 mit Nougat noch relativ neu und es könnte sich über die Zeit noch verbessern. Und wie gesagt, ich könnte auch falsch liegen. Vielleicht hat eben der neue Arbeitsort doch nicht so viel Batterie gekostet oder eben doch. Das kann ich nicht genau beurteilen. Aber nur als kleinen Vergleich. Vier Stunden mobile Daten hier. Mit meinem S7 erreichte ich heute gerade so drei Stunden. Das heißt, wir bekommen hier immer noch knapp 30% mehr Akkuleistung wie bei einem S7. und falls ihr das dann als Relation seht, heißt das vielleicht doch schon was. Okay, ganz kurz aber zu einer Sache. Kann ich dieses Gerät immer noch empfehlen und in der 350 Euro Liga, in der es jetzt mitspielt, da eben der Preis mittlerweile gesunken ist, absolut. Ich sehe einfach kein Gesamtpaket, das so überzeugend ist, so hochqualitativ wie dieses hier. Wenn, dann müsst ihr schon deutlich mehr zahlen. Und es gibt natürlich Alternativen in der Preisklasse, die dann aber fair blatt sind. Und deswegen möchte ich sie nicht als direkten Konkurrent sehen. Aber ich persönlich sehe keins und würde dies definitiv auch einem Huawei P9 vorziehen. Auch wenn der Preis mittlerweile auch recht ähnlich ist. Das hier finde ich einfach nochmal gelungener, nochmal besser. Und das wäre es soweit dazu gewesen. Ich möchte das Video jetzt nicht allzu lang machen. Und ich hoffe mal, euch hat der erste Midnight Quick gefallen. Und wenn ich Midnight sage, meine ich das auch. Denn es ist jetzt eigentlich schon nach Mittagern 1.20 Uhr. Und ja, ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Lasst mich bitte wissen, wie euch das eventuell neue, teilweise eingeführte Format gefällt. Ansonsten alles unten lassen. Daumen hoch oder eben nicht. Und die Kommentare und wenn möglich oder wenn ihr wollt, ein Abo. Ansonsten zumindest noch einen schönen Tag. Bis nächstes Mal. Tschüss.